hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge scum so wir waren ja folgerunde gestern waren wir im kondom das war gut was ist das eigentlich warum ist da kein zucker drin war es sollte eigentlich zucker haben egal wir waren im kondom drin das war schon ganz gut aber ein heutiger apfel wie gut so aber das kondom hat uns einiges beschert ist in ordnung muni haben wir gefunden man ich habe nicht von dem barbeis getrunken ich habe von dem da getrunken was denn das limo ok so heute kommt das nächste gebäude daran und was ganz wichtig ist weidraut müsste dann irgendwann mal auf die toilette und weidraut kann nicht im gemüse oder im wald und deswegen weidraut muss eine toilette finden wir müssen also reingehen und vielleicht wenn wir schon reingehen finden wir auch einen netten zombie der uns sagt wo das pflanzenöl steht was wir natürlich auch finden wollen so viele stühle das würde ich mal gleich einladen einen dieser stühle und vielleicht auch so einen tisch könnte ich bei mir dann in der base in der kisten sammlung aufstellen so schauen wir mal wo eine kerze und das mit den kerzen das ist nicht so ganz also den würde ich mir auch mitnehmen so was haben wir da ja was haben wir da kann da bitte irgendwo öl drin sein so ein schöner großer kühlschrank und nix eine banane nägel sind super ich habe nicht den eindruck ich finde sehr wenig nägel so dann noch hier nö 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 im safe vielleicht haben wir geld nö leider so das war das da schade den schirm könnte ich auch mitnehmen wenn es mal wieder sonnig wird so dann werden wir mal die sachen ins auto so ich würde tatsächlich gerne in diesem gebäude weitermachen nein wir suchen ein anderes nein natürlich mache ich in dem gebäude weiter schon klar so wo ist denn der eingang sei denn wir finden so eine shopping mall oder irgendetwas dann würde ich die vorziehen so die auto stehen hier schön geparkt das heißt ich stehe mich da auch schon geparkt was ist denn das für ein gebäude da oben dass das kino so bevor wir das schrott suchen immer da mal rein schrott nicht aber müll so bevor wir weitergehen stoffwechsel 71 prozent blasen entleerung ist wirklich schon notwendig so zuerst die wohnung klären und dann gemütlich abseilen mit einem seil nach unten ich höre schon was und es ist nicht mein verfolgungswaren den ich höre öl wäre nett ich komme auch ganz schön laut hier irgendwie es geht also nur noch hier weiter wir werden die nebenwohnung auch durchsuchen und dann werden wir gemütlich die toilette benutzen möchte hier nicht unbedingt einen schuss abgeben weil ich befürchte das lockt die anderen an ich weiß gar nicht ob das ob das wegen geräuschempfindlichkeit auch so ist aber ich vermute es öl bitte oh nicht schlecht ja so kochutensilien schneitbritt jetzt nicht gerade aber sonst so ja toll schon okay so also ich denke immer wieder habe ich ja noch nicht gemacht danke noch mal für die einladung muss ich mir überlegen aber ich denke immer im multiplayer muss das muss das ziemlich heftig sein so dieses stockwerk haben wir das heißt wir gehen jetzt hier zur toilette weil ja es muss sein so nö ja ja ich bin um verhungern ja genau so dann machen wir zuerst mal das dringendere geschäft alles gut ja das war gut oder so dann werden wir das noch machen schön gemütlichen stuhlgang haben dann das abschütteln so rang winzling naja gut es ist weiterhaut ja in die waschmaschine reinschneiden ach weiterhaut ekelig oder riechen super so dann schauen wir gleich mal stoppwechsel super ein wenig haben wir im darm ein prozent magenfüllung das muss weiterhaut vorerst reichen und da 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 in der warme auf der suche nach kochutensilien so da liegt doch irgendwas ich sehe das doch was ist es es ist ein okay aha gut da wollte jemand dass niemand reingeht hallo da wäre doch auch ein schönes kühlchen gewesen mit mehr platz hätte man gemütlich abstuhlen können aber wir haben das wir haben das doch immer angst dass da irgendwo einer liegt sehr gut so hier ist auch ein kasten passierklinge aber der wichtige raum den wir gesucht haben die küche ja okay so was haben wir da nix im ofen nix einfach ein öl geht jetzt ein öl gut dann gehen wir rauf zuerst da hinten anfangen wieder aha aha okay da kommt man auch nicht sehr weit ja jetzt ist es aber gut nix nix okay so dann um die ecke mit einem schlafzimmer eine kiste also multiplayer muss das spiel ziemlich heftig sein glaube ich also es kommt darauf an wie viele leute da auf einem server drauf sind aber oh noch ein clue ja das machen wir später oh werkzeugbox oh stich drauf ja man kann die provisorisch oh ja gute neue zigaretten ähm man kann die auch selber machen aber die gefunden ist besser sag ich mal so so dann nur noch die hier so textilien brauche ich eigentlich gar keine mehr das heißt ich müsste in diese textil dinger gar nicht reinschauen in diese kästen schade da war die küche zugebaut da brauche ich nicht rein und ich merke schon ich werde übernötigt das heißt hier zum beispiel da kann ich nur wenn ich was finde gewandt finden nehme ich an oder so wie hier ja legen wir das mal dazu so dann machen wir das auseinander weil die lumpen sind immer lieber als die blauen shirts wir werden mal traut sowieso dann beim baseball in gemütlichere kleidung herumlaufen lassen ich glaube das ist angenehmer für uns alle so oh eine schöne küche bitte öl aber die kästen sind alle schon zerlegt und auseinandergenommen kein öl kein essen oh hübsche wohnung mit so einem da oben also wo man da so hm da 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 war da was drauf ein frick so in die waschmaschine brauche ich gar nicht reingehen ja die gute küche ach der küche so schauen wir mal da das ist super was ist das sicherheitsnadeln 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 keine ahnung was man mit sicherheitsnadeln noch machen aber ich freue mich schon jetzt drauf was sind das käse käse sehr cool coole wohnung aber auch ja was ist denn das ein objektiv okay nach in den kasten muss ich ja nicht schauen was wir da mit dem objektiv machen weiß ich aber auch noch nicht wird sich aber auch irgendwas finden irgendwas weisen so da hinten war man da werden wir noch mal Müll stillen aber ich befürchte genau dann gehen wir noch mal nach oben so ich glaube das ist der oberste stock wegen der wegen der tachschräge ja das war jetzt nicht klug die tür aufmachen und gleich vorbeigehen ach kasten wieder so ach das ist die tür das ist auch vom architekten her wie die türen sich so naja na alles gut so dann die küche das ist wahnsinn schön schön ach da unten ja ich weiß ich könnte mir jetzt erschießen erschießt den zombie Nein, ich brauche Öl. So, dann haben wir das Haus auch. Schönes Wohnhaus. Also einige Wohnungen sind hier sehr, sehr nett. Ach komm, mach Lärm, Junge. So, wir werden aber nicht schießen. Nö, wir machen Benama. Der hat so ein schönes rotes Äckchen. Au. Nein. Au. So, wozu haben wir die bunten Versorgen? Ja, ich könnte die Haut abziehen, aber das will ich nicht machen. So, sind das Käseschnitzchen? Ich glaube schon. Ja, dann werden wir sie essen. So, check taste. Was steht denn da? Roh. Ja, ist okay. So, essen. Oh ja, die füllen den Magen auf. Super. Wir sind auf der falschen Seite des Gebäudes. So. Oh, Wasser. Wasser ist auch gut. Brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber ist gut. So, noch ein wenig Schrott sammeln. Das bringen wir dann alles ins Auto. Oh, viel Schrott. Können wir alles, werden wir wahrscheinlich auch alles brauchen. So. Ich brauche trotzdem Öl. So, den Schrott bringen wir jetzt ins Auto. Und dann schauen wir uns nochmal um, was wir für schöne Gebäude finden. Wo wir sagen, das ist jetzt kein Wohnhaus, aber es könnte zum Beispiel ein Shopping-Ding sein. Da werden wir doch die Stadt cruisen ein wenig. Ja, ich könnte Käse essen. So. Nö. Nö. Ich kann es auch so machen. Dann ist er mal aus dem Inventar draußen und dann ziehe ich es rüber. Aber ist mir lieber. So, nämlich so. Dann liegt es so nebeneinander. Das ist mir angenehmer. So. Dann schreien wir mal ein. Also das Gebäude da ist. Da schaue ich noch ein. Das machen wir gemeinsam. Komm. Die Litfaussäule hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Oh, ein Markt. Finde ich super. Das Spiel hat sich weiterentwickelt von diesem, ein generisches Haus neben dem anderen generischen Haus. Normalerweise liegt da irgendwas am Boden immer. Oh, aber was ist es? Es ist Katzenfutter. Mein Gott. Wenn wir jetzt eine Katze hätten, dann hätten wir ausgesorgt. Ist das auch so ein Wohnhaus? Oder? Ich glaube, es ist ein Wohnhaus. Wohnhaus, Wohnhaus. Da ist ein Geschäft drin. Da schauen wir noch rein. Aber wer kauft Öl? Was ist das? Ein Stück Gummi wahrscheinlich. Aha. Alles leergeräumt. Wahnsinn. Nur noch der Müll ist da. Ja gut, das ist aber nicht schlecht. Der Schießpulver? Nicht schlecht. So, apropos Schießpulver. Stoppwechsel. Oh, ich bin behandelt. Vitamin D, Natriummangel. Na ja. Da will ich auch noch rein. Da ist auch noch so ein Geschäft. Oh, Statue. Die schauen wir uns auch gleich an. Ui. Soll ich? Natürlich sollst du. Jetzt habe ich alle aufgeweckt. Das war der Grund, warum ich mich schießen wollte. Ach, da oben. Ja, der wird ja bald raus. Komm mal. Nur die Ampel blinkt. Soll ich mein Auto holen? Jetzt haben wir endlich eine angenehme Soundkulisse. Ist das Mehl? Super. Schön. Ja, ja. Okay, der ist da oben. Was? Also, ich habe ihn drinnen. Ach so. Na ja. Egal. So, schauen wir mal. Das sind sicher lustige Sachen bei dir. Oh ja, ein Auge. Das hat sich so angehört, wie als würde der hinter mir stehen, oder? Ja, ja. So, schauen wir mal da. Sehr gut. Sicherheitsnabel. Sicherheitshalber kann man immer eine Sicherheitsnabel mitnehmen. Immer. Nö. Ja, komm. Mach Lärm, Digga. Okay. Er will jetzt nicht anders. Wie kriege ich den? Du musst da ins Wohnhaus reingehen. Okay. Hier, dieser Eingang. Okay. Da ist er. Oh. Der nimmt es mir aber auch übel. Na, wieso? Hast du nicht nachgeladen? Du solltest doch nachladen. Geht das nicht immer? Na, Boden liegen Leichen. So, jetzt haben wir das aber auch geklärt mit der Lautstärke und so. Es ist einfach so. Okay, ein Brechheißen, das lassen wir liegen. Nö, das musst du mitnehmen. Du wirst alles brauchen. Ja, wahrscheinlich. Ja, Hasierklinge. Ja, Hasierklinge nimmst du mit, aber ein Brechheißen nicht. So. Habe ich jetzt nachgeladen? So. Ich glaube schon, dass es nachgeladen ist. So, die Wohnungen werde ich jetzt heute nicht mehr durchsuchen, weil wir sind auf 23 Minuten. Da kann ich noch reingehen. Das ist ein ehemaliges Geschäft. Ich höre den Röcheln. So, wir schauen nochmal in die Akten. Oh, super. Ist das vor uns oder hinter uns? Ach, da neben der Wand. Ein Elektrokasten? So, wir schauen nochmal in die Kisten. Noch ein Rohr. Das wollen wir aber da reinlegen. So. Machen wir jetzt. Schauen wir mal. Stopfwechsel. Ach, geht noch. Also, ich würde sagen, zwei. Mindestens. Da war der Markt hinten. Und da ist auch wer drin. Ja, soll ich jetzt reingehen oder was hättest du gern von mir? Oh, sind da viele? So. So, was haben wir denn alles dabei? Unser spannendes? Nö, das Häubchen? Nein. Ach, da hinten steht schon Wiedmeyer. So, ich möchte in das Geschäft noch rein. Hi. So, am Boden liegt nix. Da liegt auch nix. Das ist gut. Babo ist nämlich immer gern mit. Oh. Milch. Super. Wenn die noch nicht sauer ist. Stöhnen. So, wir schauen noch in die Ohrnägel. Nägel, Nägel, Nägel. Eine Nuss. Mit Haar zu knacken sein. So. Dann haben wir das Geschäft auch erledigt. Waren wir nebendrin? Da ist kein Geschäft. Das ist so ein... Da will ich ein. Da ist eine Küche. Ja, Seife ist gut, aber jetzt so viel waschen. Naja. Ach, da ist wieder eine Kleidung drin. So, die Küche. Das war praktisch. Ein Fader. Essen wäre gut. Öl wäre gut. Ist da auch eine Küche? Da ist auch eine Küche. Na, man könnte auch durch die Türen kommen. So, schauen wir da mal rein. Nö. Ähm, da, 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 da. Oh, Moment. Wollen wir sicherheitshalber nochmal schauen? Nein. Ist genug. So. Das heißt, auf, runter zum Auto. Und, ja. Dann beenden wir gemeinsam die Folge. So. Und werden nächste Runde... Nächste Runde mal durch die Stadt Gruzen auf der Suche nach einem Gebäude, das anders aussieht. So, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das ist die maple. ...